Musik So, meine verehrten Freunde, herzlich willkommen zurück zu Castlevania Area of Sorrow, wir sind wieder dabei und müssen jetzt mal wieder ein bisschen ein bisschen arbeiten, also ich weiß, hier oben komme ich nicht weiter ich muss da unten, nach unten komme ich auch nicht, oder wie war das? Was machst du da? Was war hier? Sehr gut, weswegen kann ich denn hier nicht weiter, ach ja Irgendwie muss ich das leiden Okay Gut, alles klar Ups, Alter Alter Welches Ferkel, ey Ähm Ich komme da auch nicht runter, warte mal, von da könnte ich runter kommen So, und hier kann ich jetzt irgendwo runter Hier komme ich runter Ah, alles klar, hier geht's weiter So Oh, jetzt kommt ein Zwischenboss hier, oder was? Ich habe einfach einen Zwischenboss hier auf, ich glaube so auch, ey Was ist ein Golem? Was? Was? Da kickt der einfach los, ey Was? Da kickt der einfach los, ey Was? Da kickt der einfach los, ey 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 Eine Puppe Noch eine Puppe Noch eine Puppe Noch eine Puppe Das war doof Das war doof Okay Ja Ja Einfach weg Gemuscht Hehehe Noch eine Kilder-Puppe Wenn man einen Platz hat gegen die, dann geht das auch Tuff 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 500 Gold ist gar nicht schlecht, das ist angemützt, das ist in Ordnung, dafür laufe ich den Weg Gerne Aua 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 Zwei Aua Mann, ey, jetzt muss ich aber fast schon wieder einen Speicherpunkt suchen, wo ich Half-Life bin, ey. Ist da oben einer? Ne, ist jetzt zu weit. Wir suchen mal weiter, wir gucken noch ein... Oh, so einer. Oh, Böse-Metzger, hilft mit geschärften Metzgermessern. Okay, das will ich mal eben wissen, Seele. Äh, wo ist er? Skelett-Kellner, Sirene, Wassergeist, Achsrüstung, Skelett, Fledermaus, da. Kostet nur 5. Und was ist bei mir? Windsteufel kostet 18. Okay, mal gucken. Okay, die wirft da schnell, das ist gut. Wow! Da komm ich nicht dran, alles klar. Awesome! Und Baselad, ach, was ist diese komische Waffe da? Komm her! Oh, der ist vor allem schreien, ey. Ich schreie nicht so laut. Das stört die Nachbarn. Oh, scheiße, Boss. Oh! Oh, Gott sei Dank, eine Heimstation. Pfff! Pfff! Und dann machen wir einmal eben ein... Ein Save, das muss sein. Äh, sicher ist sicher. Trifft er mich hier? Nein. Aber ich triff ihn. Ja, ähm... Boss-Time, würde ich sagen. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, seine Hand ist kacke. Was macht der? Er spuckt mit Stein. Okay. Okay. Lass da, was machst du da? Boah. Okay. Aber was? Hä? Okay, seine Hand kann ich nicht treffen, wenn er die so nach vorne macht. Aber wenn er die zurückschwingen lässt, dann komme ich an ihn ran. Das wäre jetzt gar nicht so leicht, zu besiegen. Hehe. Jawoll! Ja, ich bin ein König. Ja, voll Heal. Aber ich gehe speichern. Da geh mal von aus. Jetzt muss er erstmal im Speichern gehen. Speichern, speichern, speichern. Speichern! Ja! Uh! Mann, bin ich gut. Ja, ja. Boah! Alter, voll verschwüstet. Alter, der war aber auch schon ziemlich groß. Boah, hier ist wenigstens alles jetzt ruhig. Was war das denn? Was ist denn hier? Skelettklingen? Gleiten? Boah! Was ist das denn? Da war doch irgendwo... Hier war doch gerade noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, wir können jetzt gleiten. Nicht gut. Sind wir so schneller? Ich glaube nicht. Cool. Wir können gleiten. Boah! Wir springen jetzt mal die Flöhe runter. Gerade rechtzeitig besiegt. Das war aber da immer so okay. Ich glaube es ja nicht. Jetzt können wir uns noch mal ein paar Sachen holen. Die wir noch... Äh... Die wir noch nicht kriegen konnten. Da oben zum Beispiel können wir jetzt lang gleiten. Tee. Ich muss mich verarschen. So. Da haben wir das hier. Ja, hier kommen wir jetzt lang. Nicht mit Essen schmeißen. Ach, ich muss einen höheren, Entschuldigung, verlaufen. Aber wir schlagen uns ganz gut gegen die Busse, ne? Also in den... Komm her. Da komme ich nicht hoch. Echt nicht. Klar komme ich da hoch, siehste. Hier kommt überall hoch. Die Messer sind voll gut, die kosten nichts. Aber machen... Die machen zwar nicht so den High Damage. Yeah, wir sind durch. Aber die kannst du so schnell spammen. Noch einer. Na, der ist... Oh, was? Oh, es geht in einen neuen Abschnitt. Jetzt bin ich mal gespannt. Innere Quartiere. Wer ist das denn? Was ist das? Oh, was ist das? Persephone? Und ich dachte erst, das wäre ein Charakter oder sowas. Was ist das? Na, da komme ich doch hoch, oder? Ja. Ja, siehste. Ich muss doch sagen. Okay. Okay. Was ist das? Aus, du mal ab. Fünfzehn Dollar, ich bin, äh, fünffünfzig So, gut, dreimal muss ich sie treffen, dann ist sie auch weg Okay, keine Ahnung, mal gucken, aber ich habe noch keine Karte Wir gehen einfach mal in den Weg, was so, was war das denn? Was war das? So, der pollert mich da weg, okay, da komme ich nicht durch Was ist das für ein Raum? Nichts, es ist nur so eine Persephone drin Komisch Oha Wie frech, wie frech, wie hoch geht denn das hier? Ah, hier ist Ende Oh, ein Speicherraum Sehr schön Ja, was, gleich wieder ein Boss Okay, warte, da müssen wir vorher safen Ja, das haben wir ja da auch gemacht Also, als hätte ich jetzt beim Speicherraum gesaved Was ist jetzt los? Was zum... Ihhh, der kleine Kopf Was zum... Ihhh Kopfjäger Okay, die ist aber... Die wird jetzt aber nicht gefährlich Ha Oh Gott, da kommt noch einer Oh Scheiße, guck mal da oben Ihhh, was zum... Oh, das war ein Blitzzauber Ist ja gut jetzt Was zum... Wow Scheiße, voll reingerannt Oh nein, oh nein, oh nein, ich sehe schon... Oh Scheiße Haaaa Alter, was zum... Okay, aber ich glaube ich weiß, wie ich sie besiegen kann Ähm, benutzen... Aber wir benutzen mal eben zwei Tränke Ich glaube aber, ich weiß, wie ich sie kriegen kann Die springt jetzt gleich hoch Komm, spring hoch Okay, aber jetzt kriege ich sie Nein Ah, was zum... Ach so, ihre Zunge Was? Giftnebel! Äh, Moment Äh, Moment Äh, Moment, äh... Äh, Moment, hab ich irgendwas... Hab ich nicht irgendwas gegen... Gegen Gift? Scheiße Ähm... Benutzen Gegengift Scheiße, nur eins Scheiße, nur eins Alter Schwede, lass das! Alter Schwede! Lass das! Yes Oh Um Himmels Willen Kopfjäger sammelt Seelen um an Stärke zu gewinnen Oh komm Heilung, Heilung, Heilung Oh Dankeschön Ach du Scheiße Warte mal Seele Skelette oder Stärke um 4 Kopfjäger Sammelt Seelen um an Stärke zu gewinnen Oh das erhöht aber alles Na ja fast Oh ich glaub das nehm ich Ja